Ich war ja aufgeregt, weil ich außerdem was Falsches mache, aber es hat ja alles geklappt. Das Gefühl, du weißt, du kannst das, du bist extra hier dafür und ja, man muss es einmal richtig erleben, damit man weiß, wie es sich anfühlt, aber es war einfach. Das Turnier war voll cool, hat voll Spaß gemacht. War auch schwer jetzt schon so. Berlin, das wird voll die Herausforderung für uns. Ey, das sieht so hoch aus. Was hast du? Hör, 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 hör. Ja, super. Tom, wie geht's dir da, das zu hören? Gut. Ich bin entschuldig und er ist bereit, Ihnen eine Entschuldigung anzubieten. Ich bin reichlich, damit ich anderen helfen kann. Auf solche Freunde kannst du doch wirklich verzichten. Und mal seine eigene Meinung zu vertreten, ist wesentlich cooler, als grundlos irgendwelche Mitschüler zu beleidigen. Wissen Sie die einen, worüber ich gestern nachgedacht habe? Ne, sag mal. Ich habe gestern über Ihre Worte gesprochen. ... legt sich noch schnell ein mit Trekkinghosen und Fahrradhelm. Zum letzten Mal vor ihrer großen Tour treffen sich die 25 Kinder und Jugendlichen in Oberbiber bei Neuwied. Morgen geht's los und die Aufregung wächst von Tag zu Tag. Ich freue mich auch schon total da drauf. Man lernt die Berge alle kennen und war zum ersten Mal auf die Tugspitze. Ich will meiner Mutter halt auch beweisen, dass ich was kann und nicht nur irgendwie ein bisschen durch Andernacht. Untertitelung des ZDF, 2020